Moin Leute, was geht und willkommen zu einem neuen YouTube Video von mir. Viele Leute haben mich gefragt, Janis, wie kann ich von 20k auf 100k kommen, wie kann ich von 100k auf 250k kommen und so weiter und so fort. Und deswegen starte ich eine neue Serie, wo ich euch zeige, wie man am besten innerhalb von 1, 2, 3 Tagen, je nachdem wie lange das ungefähr dauern sollte, von 20k auf 100k kommt und von 100k auf 250.000 Münzen und so weiter und so fort. Ihr werdet das Ganze im Laufe der Serie auf jeden Fall checken. Und wir starten heute mit den 20.000 Münzen und werden innerhalb von einem Tag auf 100.000 Münzen kommen. Wie das geht, werde ich euch genau jetzt zeigen. Also lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel und folgt mir natürlich auf Twitch, Instagram, YouTube, TikTok. Du weißt das alles, das muss ich nicht tausendmal erzählen. Deswegen, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir starten direkt rein ins Video. Let's go! Wie ihr bei mir jetzt hier oben sehen könnt, haben wir 18.959 Münzen. Das sind fast 20.000 Münzen und wir werden die jetzt direkt investieren bzw. direkt damit Coins machen. Dafür suchen wir uns auf jeden Fall Positionskarten raus. Ganz beliebt natürlich von meiner Seite aus LS2LF. Die kann man nämlich für 150 Münzen erbieten. Das Ganze werden wir machen, bis wir 50.000 Münzen haben und danach zeige ich euch den nächsten Schritt. Also bleibt auf jeden Fall dran. Positionskarten sind für den Anfang immer eine richtig gute Methode. Vor allem, weil man dadurch mit wenig Münzen viel Gewinn machen kann. Man kann das Ganze auch ausweiten auf mehrere Positionskarten. Ihr müsst nicht nur zwangsweise LS2LF kaufen. Ihr könnt auch verschiedene Karten kaufen. Ihr könnt ZM2ZDM kaufen. Ihr könnt MS2ST kaufen. Ihr könnt wirklich verschiedene Sachen da einfach ausprobieren und mal gucken. Das Wichtigste ist halt nur, dass ihr die Karten per günstigsten Sofortkaufpreis kauft. Das heißt, schaut wirklich nach, bei welchem Preis sind die ungefähr bei der 59. Minute oder vielleicht 58. oder 57. Minute. Je nachdem, ob ihr richtig Bock habt darauf zu snipen oder ob ihr die ganz entspannt einkaufen wollt, so wie ich das hier zum Beispiel auch mache. Bei vielen Karten kann man auch einfach bieten, weil einfach diese Karten nicht wirklich direkt gebraucht werden. Allerdings funktioniert das Ganze da auch natürlich super. Ich habe hier LS2LF genommen. Einfach aus dem Grund, weil wir ja nur 20.000 Münzen zur Verfügung hatten. Und da haben wir dann die ganzen Karten für 150 erboten und für 350 reingestellt. Mir ist klar, dass es gewisse Stunden gibt, wo man viele verkauft, aber auch gewisse Stunden, wo man eher weniger verkauft. Das kommt darauf an, wie viele SBCs draußen sind, welche SBCs draußen sind und so weiter und so fort. Das Wichtige ist einfach nur, schaut die ganzen Karten an, guckt sie und versucht die Karten für 250, 300 Münzen teurer reinzustellen. Das funktioniert in der Regel relativ gut. Ich habe in der ersten Stunde 87 Karten verkauft und hatte dann 41.000 Münzen. Wir haben die ganzen Karten für 150 Münzen erboten und für 350 Münzen reingestellt. Das Ganze lief wirklich super. Und wenn das nicht bei euch klappen sollte, dass ihr die für 350 Münzen verkauft, dann stellt die günstiger rein. Stellt manche Karten für 250 rein, manche Karten für 300 sofort kauft. Aber so macht ihr auf jeden Fall kontinuierlich etwas mehr Münzen gewinnen. Nach der ersten Stunde haben wir uns natürlich dazu entschlossen, nochmal weiterzumachen. Und haben die 41.000 Münzen komplett wieder in LS2LF gesteckt. Und das hat uns wirklich sehr, sehr weit nach vorne gebracht. Wir haben dann im Endeffekt, ich glaube, 90.000 Münzen gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es waren um die 90.000 Münzen, die wir dann hatten. Oder ich glaube sogar 99.000, 97.000, irgendwie so war das. Auf jeden Fall haben wir dann die ganzen Münzen von da an weiter investiert. Wie ihr gerade gesehen habt, sind wir auf jeden Fall über die 100.000 Münzen gekommen. Beziehungsweise haben die 103.000 Münzen im Endeffekt am Ende noch erreicht, wo wir alles verkauft haben. Aber ich habe euch am Anfang des Videos auf jeden Fall eine zweite Methode versprochen, mit der ihr noch Coins machen könnt. Und das ist auf jeden Fall eine aktive Methode. Dafür müssen wir einfach silberseltene Spieler kaufen. Ich zeige euch jetzt genau, wie das geht. Aber wir haben natürlich auch noch eine zweite Methode angewandt. Und das ist die Silbermethode. Silberspieler, die selten sind, könnt ihr euch für 300 Münzen per Sofortkauf kaufen. Das ist wirklich sehr wichtig, dass ihr die per Sofortkauf und bei 300 Münzen kauft. Weil hin und wieder hat man da einige Schätze. Natürlich sind die meisten 400 Münzen, 450 Münzen wert. Aber ich kann euch garantieren, im Laufe eines Tages werden diese Karten zwischendurch auch für 500 und 550 Münzen verkauft werden. Also könnt ihr die beruhigt entweder für den Preis reinstellen oder ihr macht das komplett aktiv, so wie ich es in der Situation gemacht habe. Ich habe 100 Silberspieler gekauft, beziehungsweise ich glaube doch 100 Spieler. Und diese Karten habe ich dann per günstigsten Sofortkauf reingestellt. Das Wichtigste ist hierbei, dass ihr niemals nach den Footprint-Preisen dieser Spieler geht. Ihr müsst wirklich aktiv da dran sein und die Spieler, so wie ich es gerade hier mache, auf dem Transfermarkt suchen, per Namen. Weil dann findet ihr wirklich die genauen Preise und könnt die Karten gut anbieten. Viele Spieler werden 400 Münzen kosten, stellt sie für 450 rein, versucht das ganze Maximale rauszuholen, auf jeden Fall in der Situation. Aber manche Karten werden auch deutlich teurer sein. Manche Karten werden 600 kosten, manche werden 700 kosten, manche sogar 1200. Ich hatte es auch das eine oder andere Mal, wo Karten 2300 Münzen wert waren. Hier kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, solltet ihr ein bisschen frustriert sein, dass diese Methode nicht ganz genau klappt, solltet ihr versuchen, die Innenverteidiger zu nehmen. Weil mit den Innenverteidigern funktioniert das noch besser. Ich wollte hier auf Masse gehen, weil ich euch einfach zeigen wollte, dass die Methode immer noch funktioniert. Seit Anfang an von FIFA funktioniert das. Und hier könnt ihr wirklich, bei Innenverteidiger findet ihr die größten Schätze, aber auch allgemein könnt ihr das so machen. Wenn ihr viele Coins habt, beziehungsweise wenn ihr 100.000 Münzen habt und aktiv traden wollt, weil ihr wirklich 3-4 Stunden Zeit habt für den Tag, dann macht die Methode und ihr kommt locker easy in 1-2 Stunden auf eure 20-30k raus. Ich habe die ganzen Spieler zweimal angeboten, das heißt ich habe zweieinhalb Stunden Zeit investiert, eine halbe Stunde, um die ganzen Spieler zu kaufen und zu gucken, wie viel die kosten und anzubieten. Und 2 Stunden mit dem ganzen Verkaufen nochmal. Also beim ersten Mal sind so viel abgelaufen und beim zweiten Mal sind halt alle weggegangen, bis auf 4 Karten oder sowas. Insgesamt sind wir auf 110.000 Münzen gekommen. Rechnen wir die noch dazu, sind wir bei ungefähr 112.000 Münzen. Das heißt, wir haben innerhalb von zweieinhalb Stunden jetzt so 12k gemacht. Und das war nicht unbedingt das aktive Situation, weil ich habe die Karten nicht nachgekauft nach der ersten Stunde, wo ich schon 40-50 Karten verkauft habe, sondern ich habe damit gewartet und habe die nächsten Karten quasi einfach nur angeboten. Das heißt, ihr könnt locker, easy in 2-3 Stunden 20-30.000 Münzen machen. Das hängt immer wieder davon ab, wie viele Schätze ihr eigentlich habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel und folgt mir natürlich auf meinen Socials für mehr. Und wenn ihr euch auf das nächste Video freut, dann kommentiert doch einfach mal bitte, welches Budget soll ich als nächstes nehmen. Soll ich 100.000 bis 200.000 Münzen nehmen, 100.000 bis 250 oder sogar vielleicht 500 bis 1 Million? Sucht es euch aus, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut und ciao!